Musik Hallo zusammen, ich bin der Brandon, mache die Lehre als Kaufmann bei der Autograf AG in Meilen und würde euch heute sonst gerne meinen Berufsalltag zeigen. Kommen wir zu Schmidt! Musik In meiner Lehre müssen wir offen gegenüber Menschen sein, weil wir sehr viele Kundenkontakte haben. Hier seht ihr, wie ich am Telefon mit einem Kunden einen Termin vereinbare. Musik Ich wollte schon immer ein KV machen. Ich konnte dann beim Autograf schnuppern und bin sofort von der vielfältigen Arbeit begeistert. Musik Ich habe die Chance bekommen, ein drei-wöchiges Praktikum zu machen. Ich habe einen Einblick hinter die Kulisse bekommen, ich war in der Werkstatt, in der Lackiererei und im Lager. In dieser Zeit habe ich alle Mitarbeitenden bei der Autograf AG besser kennengelernt. Musik Wenn es euch gefallen hat, dann bewerbt euch doch. Wir freuen uns auf dich. Musik 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 Vielen Dank.